Hallo, mein Name ist Svetlana Mucha und ich verstehe, dass normalerweise ich spreche Englisch in unserem Blog, aber heute spreche ich Deutsch. Ich verstehe ganz gut, dass mein Deutsch ist nicht perfekt und Deutsch ist nicht meine erste Fremdsprache. Meine erste Fremdsprache ist Englisch. So natürlich, ich mache Fehler. Es tut mir leid für meine Fehler, aber ich hoffe, dass Sie genießen dieses Format, dass Sie genießen unsere neuen Videos im Deutsch, weil in den letzten Jahren wir haben mehr und mehr Kunden, die sehen deutsche Sprache gern und mehr und mehr Leute sehen uns aus Deutschland und anderen Ländern. Die Leute sprechen Deutsch und ehrlich zu sagen, ich genieße Deutsch. Ich bin der Meinung, dass diese Sprache ist sehr schön und sehr interessant. Ehrlich zu sagen, ich hätte keine Möglichkeit viel Deutsch zu sprechen, weil unsere deutschsprachigen Kunden machen mir sehr faul. Sie hören, dass ich habe Schwierigkeiten mit meinem Deutsch und sie fangen an, Englisch zu sprechen. So, ich bin auch faul und ich übe mein Deutsch nicht. So, in diesem Jahr habe ich entschieden, mehr deutsche Videos für Sie zu machen. Diese Videos sind neu und nicht gleich zu unserem englischen Content. So, ich hoffe, dass Sie genießen das. So fangen wir an. In diesem Video besprechen wir die richtigen Gründe für die Wahl der internationalen Beziehungen. Sehr oft wählen Männer und Frauen internationalen Beziehungen auf der Grundlage Stereotyper Verstellungen. Männer denken oft, dass es in der Ukraine für sie sehr einfach ist, ein schönes, junges Mädchen zu treffen, weil er in der Meinung dieser Männer, die Ukraine ist zuerst sehr armes Land. So, so viele Mädchen wollen Ukraine an jeden Preis zu verlassen. Und auch sind sie der Meinung, dass in der Ukraine wir haben viel mehr Frauen als Männer und alle ukrainischen Männer sind hässlich, sie trinken zu viel und sie wollen nicht zu heiraten. Das ist das Bild, das das Internet oft zeichnet. Und natürlich alle internationalen Dateinsights, wo sie für jedes Brief, die sie öffnen und schreiben, zahlen müssen. Bei diesen Seiten, es gibt so viele schöne Profile mit professionellen Fotografieren von sehr hobschen Mädchen, die sind 19, 20 Jahre alt und diese Modelle in ihren Profilen schreiben, dass das Alter von Männern sie egal ist. Das Alter von Männern sind nur eine Zahl und die Hauptsache ist Liebe und mit 19 ist sie von Männern im Alter ihres Vaters angezogen. Die Vermarkte dieser Seiten spielen mit dem wüscherwachsenen Männern an schonen Märchen zu glauben. Ein Märchen, in dem man nicht kompetent flirten und an Frau sorgen muss. In einem solchen Märchen brauchen Frauen keine Komplimente, keine Aufmerksamkeit und keine Blumen. In diesen Märchen hassen Frauen echte Romantik und sind bereit auf die Aufmerksamkeit von Männern zu kämpfen. Denn in dieser fiktiven Realität schätzen sich schon Frauen nicht. Sie sind bereit alleine von Männern zu erfüllen, nur weil sie ein Mann ist. In dieser fiktiven Realität haben die Frauen keinen eigenen Vorlieben und sie verstehen nicht die richtigen Werte von ihrer Schonheit und sie sind bereit und fertig, jeder Mann zu nehmen, nur weil er ein Mann ist. Und in der Ukraine haben wir nicht genug Männer. Im wirklichen Leben ist alles anders. Erstens möchten die überwiegende Mehrheit von ukrainischen Frauen Ukrainer nicht zu verlassen und sie bevorzugen Beziehungen mit ukrainischen oder russischen Männern zu bauen. Zweitens will in der Ukraine viel Wert auf das Aussehen verlegt. Daher wird ein Mädchen, die richtig gesund ist und viel Aufmerksamkeit für ihre Schonheit aufpasst und auf sich kümmern, natürlich an die Aussehen von den Männern achten. Für sie ist das wichtig. So, welche Mädchen nehmen die Beziehungen mit ausländischen Männern in Betracht? Zuallererst sehr romantische Mädchen. Für solche Mädchen ist eine Bekanntschaft auf der Straße zu einfach und zu Alltagliches. Sie suchen nach etwas Besonderes. Aber wenn ein Mann eine andere Kultur repräsentiert, ist das für diese Mädchen sehr ungewöhnlich und merkwürdig. Der Mann wird sofort sehr romantisch und ungewöhnlich. Mädchen mögen die Neuigkeit ihrer Kommunikation. Sie möchten gerne die neue Kultur kennenlernen und auch sehr oft die Sprache lernen. Solche Mädchen sind abgeschlossen, neugierig und in gewisser Weise am Tor lustig. Also, was sind die richtigen Gründe für die Wahl der internationalen Beziehungen? Sie lernen gerne neue Kulturen kennen. Sie möchten neue Traditionen kennenlernen. 3. Sie genießen Fremdsprachen zu lernen. 5. Sie möchten, dass ihre Kinder in zwei Kulturen aufwachsen und zwei Sprachen sprechen. 7. Sie möchten ein sehr romantisches Abenteuer erleben. 8. Sie möchten ihren Enkeln erzählen, wie sie haben ihre Großmutter in einem sehr ungewöhnlichen und erfährlichen Ort getroffen haben. Wenn sie sich mit diesen Gründen identifizieren können, können internationale Beziehungen ihren Durst nach Romantik stehlen. Sie können ihre Beziehungen jahrelang mit Romantik füllen. Wenn sie mit Ukrainerinnen nur Beziehungen haben wollen, weil sie glauben, dass alle Ukrainerinnen sind sehr einfach und billig, an dem Ende werden sie enttäuscht. Internationales Dating kann nur dann Spaß machen und ihre Wünsche zur Erfüllung bringen, als sie wählen das für richtigen Gründe mit realistischen, gesunden Erwartungen. Mit Liebe, Svetlana Mucha, Dioledat.com in Deutsch.